Das war 20.000 Liga Saugieser Presser, damit bleibt sie nach dem Bereich der Top 10. Schauen wir mal, wo die im Endeffekt dahin gespült wird, unsere Triegelte Schmeißel. Und der nächste Mann, auch wer möchte wissen, Marion Schopper, der ist heute schon über sich selbst hinausgewachsen mit dem 327i E30. Ist auch er unterwegs in der Rechtskarte 2, über 2500 Kilometer. Und die 13, auch wer möchte wissen, 3 neues Gerät aus dem Heusel Toyota. Die 16.80 ist auch hier gespeichert, von Wolfgang, ich, von Tim, da, Peppel, den Peppel. Und Tim, da gibt es zu vermitteln für den Mario Schopper. In der Sonne, der ist auf dem Riff, der junge Heusbarn. Ach, hier ist dann nochmal die, bei uns, die wir vermitteln können. Und auch der Oktur, der Zubauksatz. Jetzt muss die Zeit aufpassen, jetzt muss die Zeit aufpassen, die Kinder, das Richtige, die hat er bereits in sich aufgenommen. Und die Kinder, 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 die